So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Toilettenmanager Simulator. Ich rufe jetzt die Dame nochmal an und hoffe, dass es jetzt endlich was wird. Okay. Komm zur Sache, Alter. Los. Ich gucke, was hier abgeht, während die tanzt. Oh mein Gott. Gucken Sie mal, was hier ist. Komm, nochmal Schattenspiel. Ja, mach Schattenspiel, Baby. Yeah, Baby. Ja. Oh, es geht schneller kochen. Komm, guckt's an. Ich gucke weg. Die hübsche Nacken-Girr-Lady. Woo. Ich gucke auf den Fernsehen. Oh, ja, 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 so ist gut. So ist perfekt. Man sieht nicht so viel und, äh, ja. Juhu. Oh mein Gott, ey. Ich wünsche, ich könnte Winterschlaf machen. Das wirkt geil. Aber durch die Arbeit tun, finde ich das nicht. Oh mein Gott. Okay, ich gehe mal duschen in der Zeit. Ich bin mal auf die Animation gespannt, ey. Ich bin gespannt. Ja, ne, kann ich meinen, ah, ne, die Lady muss ich noch bestellen. Die Putz-Lady. Wenn wir auf die 5 Dollar oder Euro, was auch immer, kommt's auch nicht drauf an. Das war's, ne? Nichts, das hat sich gut. Bubis. Duis. Ja, endlich, endlich Hallo Hallo Natürlich Bohnen zum Pupsen Okay, ich lasse mal den blöden Kühlschrank auf Hallo Yes Jetzt wird sie eine Fanta, ich raste aus Hätte ich das gewusst, hätte ich eine Cola getrunken Ich drehe durch Hilfe Hallo Hallo Bitte Kann ich jetzt was? Oh mein Gott, ja Ab in die Dusche, ey Und schau Oh mein Gott Oh, jetzt noch ins Bett Ihr verarscht mich nicht, ey Ähm, alles klar Alles klar Ciao Oh mein Gott Hilfe, Maria Das ist doch echt Äh, oh Oh Ja, ne Ciao Ruf mich nie wieder an Alter Verwalter, ey Oh mein Gott Oh mein Gott Wie viel Kohle habe ich jetzt? Oh, 141 Ich komm zu nix, ey Jetzt reicht's Das ist doch nicht normal Hab ich noch Toilettenpapier? Ich könnte Toilettenpapier Na super Fall doch in die Gegend Alter Verwalter Okay Komfort ist weg Ich brauch Toilettenpapier Komfort Bitte Ja, ist noch Da ist noch Ja Oh mein Gott Jawohl Jawohl Okay, da ist noch Toilettenpapier Und hier Auch noch Das ist gut Wie hast du jetzt? Feierabend, oder was? So, was sagt die Statistik? Hm Komfort 53 Hab ich eigentlich eine Nachricht? Warte mal Ob ich noch einen Vertrag Oder sowas kriege Nee Hm 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 Okay 1658 50 war es gerade Oh mein Gott Ich geh mal einkaufen Und besorg mir noch mal Eine Tanzmaus Oh man Tanzmäuse Ohne Gehäuse Nach hause schicken Oh mein Gott Bohnen Nach hause schicken Ich drehe durch Ich drehe durch Falsche Taste Ach Es ist P Stop Natürlich Ja Klar So Welche Nächste Jetzt kommt Evelyn Oh mein Gott Was reitet mich hier eigentlich Was reitet mich hier eigentlich Für ein Teufel Nein Nein Kammerjäger komm du kannst ja sprühen ich habe nämlich keinen bock das selbst zu machen ich genieße mein leben ich chill meine nuggets oh mein gott habe ich das nicht gerade gemacht habe ich das nicht gerade gemacht doch okay hallo äh wo sind deren füße hallo lady irgendwas stimmt mit ihren füßen nicht ich bin die wurde gespeichert ich gehe schnell duschen bevor sie hallo sagt ja baby twerk hilfe komm ich rufe wieder die lady da an oh mein gott okay die twerk da war gut etwas was ich nicht kann muss ich auch nicht hello ja oh nee wollen die all die furzbohnen haben oder was mhm warum Was ist hier los? Oh mein Gott. Nee. Das Spiel spinnt. Oh mein Gott. Hilfe. Ich brauche Geld. Kann ich dich nicht mieten? Oh nein. Äh, nee. Puh. Puh, 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 puh. Ja, Rauhmparfüm. Ich sprühe dir gleich Rauhmparfüm in den Bobo. Bobo. Alter. Bitte, es muss reichen. Bitte, 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 bitte. Ja. Ah, okay. Ich wollte gerade sagen, wo bleibt denn der? Ich glaube, ich muss gleich wieder zur Lady gehen. Vielleicht klappt's ja. Und es ist, ähm, Bohnen, Bohnen, Cola und Fanta. Nee, ich laufe erst mal rüber. Was ist denn das für ein heftiger Bug, ey? Ist sie bald fertig mit tanzen? Aha. Wenn sie jetzt geht, dann rass dich aus. Ja. Ja, Mann. Ja, Mann. Ich muss Bohnen, Cola kaufen gehen. Sind wir fertig? Das ist ja mal ein geiler Bug. Ja, uh, uh, geh doch. Ich muss vorbei. Ich muss Bohnen und Cola kaufen gehen. Ey, so komme ich schneller zu meinem, zu meiner Reise, zu meinem Urlaub. Yeah. Urlaub. Nach Hause. Nach Hause. Aha. Nach Hause. Und zwei Cola fehlen mir, ne? Aha. 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 Nach Hause. Fehlt mir auch noch ein Pizza oder was? Ach. Nach Hause. Ne, ich lasse es mal mit der Pizza. Jetzt gehe ich gerade noch die letzte Kohle einsammeln. Und dann ist gut mal. Okay. Äh, Raumparfüm und Gelettenpapier. Vielleicht. Ne, habe ich noch. Ich hole nur Raumparfüm. 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 Bibi. 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 Ernsthaft ey. Bibi. Was ist so? nein es wird kein komfort minus wer geben ich bin am sauber machen putzen kann die andere sammels geld ein und schluss ist was ist hier werbe die kommen schon bevor es ausartet wieder oh mein das überhaupt noch ja na klar gut gehe ich mal schnell schlafen danach duschen und essen oder auch nicht essen und duschen tue ich nicht aber schlafen wie es weitergeht sehen wir dann in der nächsten folge bis dann ciao 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 ciao